Was hast du denn hier für ein Gerümpel angehäuft? Du hast ja nie irgendwas weggeschmissen. Das ist kein Gerümpel, das ist Vergangenheit. Schrott? Nichts als Schrott. Das kommt jetzt alles weg. Vorsicht, junge Dame. Wir haben nichts vom Wegschmeißen gesagt. Höchstens bewerten. Ja, genau. Gesichtet, bewertet, verschrottet. Schau mal. Schrotti, 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 schrotti. Sarah, geh da runter, du bist ein bisschen weiter. Fang mich doch. Sarah, du nervst jetzt echt. Du hast null Respekt vor der Vergangenheit. Halt doch. Hey, Papa. Tut mir leid. Das war nicht so gemeint. Was? Weißt du das noch? Zehn Jahre. Da sind wir da mit dem Berg runter. Und du hast dich so gefreut. Das war eine schöne Zeit. Ja. Aber, Papa. Das ist jetzt zehn Jahre her. Und ich bin mittlerweile 20 und wohnt in Köln. Und du musst in zwei Wochen hier draußen sein. Verstehst du das? Den behalte ich. Und wenn wir den ganzen hier durch sind, dann gehen wir beide nochmal Schlitten fahren. Nur wir beide. So wie früher. Ja. Wer braucht schon Schnee zum Schlitten fahren? Nein. Okay. Auf geht's. Juhu. 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 Juhu.